Jeder besitzt ein inneres Licht. Folge dem Licht. Paar wusste immer, dass du für Größeres bestimmt bist. Was, wenn du weggehen könntest? Hab keine Angst. Es gibt ja andere, die so sind wie du. Ich hab's selbst gesehen. Sie hat besondere Kräfte. Schaffst du jetzt bitte euer Baustellenklo von der Startlinie runter? Sie ist ein totales... Ganz genau. Hab keine Angst. Möge die Macht mit dir sein. Es ist Zeit für den Auftritt. Wow! Ein Sturm nähert sich. Ich kann sie bekämpfen. Ich bin jetzt stark genug. Niemand ist stärker als die. Wir können sie besiegen. Nein! Du da! Stehen bleiben! Wir entscheiden nicht, wohin der Ruf uns fühlt. Wir entscheiden nur, ob wir ihm folgen. Aber er wird auch ein Problem. Wir kennen auch die Ruf eines Ruf uns. Wir kennen uns. Wir kennen uns. Untertitelung des ZDF, 2020